Kennen Sie das auch? Sie sitzen gemütlich zu Hause auf dem Sofa, die Rollbeleuchtung ist an, die Deckenleuchte ist an, die Nachttischlampe, die Stehlampe, alles ist an und jetzt sagen Sie, ich möchte jetzt aber gemütlich zum Fernsehaben eine kleine Lichtquelle, möchte aber nicht aufstehen und da haben wir genau das passende, den Gadget des Tages und den hat Ralf schon in der Hand. Ja und das ist eine 5-fach Steckdosenleiste, wie Sie unschwer erkennen können, aber die hat natürlich was ganz Besonderes, weil man sieht, die sind durchnummeriert, 1, 2, 3, 4, 5 und das mit gutem Grund, denn mit dieser Leiste kommt eine Fernbedienung und da erkennen wir auch 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt achten Sie bitte mal hier auf das Licht, das hier ist jetzt praktisch, dass die Steckdosenleiste funktioniert und jetzt schalte ich mal das erste dazu. Sehen Sie das? Schauen Sie mal, die zweite Steckdose, die dritte Steckdose, die vierte Steckdose und die fünfte Steckdose und so, dementsprechend zeigt es mir an und jetzt kann ich gezielt die Geräte ein- oder ausschalten, ohne die komplette, ohne aufstehen zu müssen und ohne die komplette Leiste auszuschalten oder den Stecker ziehen zu müssen und das kann sehr hilfreich sein. Bei Beleuchtung, wie du gerade gesagt hast, aber zum Beispiel natürlich auch allgemein am Fernseher, wenn man nachts ins Bett geht, möchte man ja nicht laufend Stand-by-Geräte haben, aber es gibt Geräte, die müssen Dauerstrom haben, zum Beispiel ich habe so einen Pay-TV-Receiver, wo wenn ich den von Strom, ganz vom Strom trenne und wieder anstecke, der braucht immer eine halbe Stunde, weil er sich dann neu lädt, also deshalb lasse ich den immer an, aber Fernseher, Stereoanlage oder auch ein normaler Satelliten-Receiver, die kann ich ausschalten. Hiermit gezielt, wann immer ich möchte. Anderes Beispiel wäre natürlich auch für das Büro, ja, da hat man ja oftmals auch viele Geräte dran, da ist der Drucker, den man nicht immer braucht, der muss nicht auf Stand-by sein, den kann ich mit der Fernbedienung einfach einschalten. Ich muss mir natürlich nur merken, wo ich das habe, aber so diesen Stand-by-Modus, der kostet ja nur wirklich ganz, ganz geringe Stromkosten, aber das in der Summe übers Jahr und wir haben hier mal eine Beispielrechnung, Regelrechnung, da sparst du, wenn du auf das Stand-by verzichtest oder das minimierst, bis zu 115 Euro im Jahr und wenn man das jetzt sieht, Kosten nutzen, 25,56 Euro investiert, 115 Euro gespart. Da brauche ich kein Rechenwunder zu sein, um auszurechnen, was jetzt für mich hier sich mehr lohnt. Ganz klar diese Steckdosenleiste. Fünf Schuko-Stecker, insgesamt 2400 Watt belastbar. Jede einzelne Steckdose schaltbar und zwar jetzt nicht mit einem Schalter hier, wo ich immer aufstehen muss und hinlaufen, sondern mit dieser Fernbedienung und zwar zielgenau 1 bis 5 einzeln abschaltbar. Und die kleine LED rechts an der Steckdosenleiste hilft mir auch immer noch, um ja zu zeigen, welcher dieser Stecker von 1 bis 5 denn jetzt ein und welcher ausgeschaltet ist. Das heißt also, sparen Sie sich 49 Euro und zahlen Sie nur noch 25,56 Euro unter der Bestellnummer PX2410569 und am besten Sie rufen gleich an unter der 01805151 und dreimal die zwei. Dann sind auf alle Fälle zwei Stunden lang dieser TV-Sonderpreis Ihnen sicher. Ja und das ist also wirklich in jedem Haushalt benötigt, da bin ich sicher. Viele haben sich schon mal aufgeregt, weil sie irgendwelche Geräte ein- und ausstecken müssen. Gilt übrigens auch für Netzteile vom Handy, die haben viele dauerhaft in irgendwelche Steckdosenleisten. Das soll man nicht machen, weil die überhitzen irgendwann, auch wenn sie keinen Strom abgehen und auch kaputt gehen. Wenn du hier den Strom wegschaltest mit der Fernbedienung, kannst du auch Netzteile unbegrenzt stecken lassen, weil kein Strom mehr fließt. Also ich denke, es gibt da unzählige Anwendungsmöglichkeiten für eine solche funkferngesteuerte oder funkgeschaltende Steckdosenleiste. Ja, entsorgen Sie Ihre alte, nehmen Sie diese und damit haben Sie dann punktgenau jedes Gerät im Blick. Wann ist es an, wann ist es aus? Sie müssen nicht mal aufstehen, kein Stecker ziehen, kein Schalter drücken, sondern nur die Fernbedienung in die Hand nehmen. Nur die Geräte, die Sie jetzt gerade aktuell brauchen, die bekommen mit der Leiste dann Strom. Also nochmal kurz zusammengefasst, unsere Fünffach-Funk-Steckdose können Sie jetzt für 25,56 Euro erwerben. Unser Gerät des Tages, die Bestellnummer ist die PX2410 und dann die 569 und ganz schnell anrufen 0180 51 51 und dreimal die 2. Also jetzt können Sie es machen. Rufen Sie an, jetzt ist sie noch da. Wie gesagt, zwei Stunden haben Sie Zeit. Amen. Alles gerne.